Töntel Du meinst jetzt das aber einfach wenn der Türke da hinten wie haben geblasen oder ne... Ich habe den hier in die Fischsene Gruppe eingeladen habe ich ihn erst mal blockiert Hat er mit seinem Team da immer noch nix geschissen bekommen oder haben? Keine Ahnung, oder? Ich hab bestimmt wieder einen Abonnentreffen gewonnen mit 5-0. Jaja, oder? Sein kleiner Mann, die hat wahrscheinlich 50 Jahre gegeben. Du lewis. Hat er vorher bestimmt noch mit denen den Text geübt oder so. Ja, auf Papier, weißt du? Vor die Kamera geklebt, weißt du? Lest mal ab da. Ja, ich find das ja sehr gut. Die Abonnenten trifft, das liegt aber noch hoch rein. Bei 10 Abonnenten, weißt du? Oh mein Gott. Ich hoffe, ich seh. Wenn es mir dann auf die Strasse gegangen wäre, gucken wir erstmal die ganzen kleinen Gieringer und wollen erstmal ein Foto mit dir machen. Ja, der hat halt Flas, ne? Jetzt nix an. Können wir zwei Gas geben? Ja, gib Gas, ne? Also, ja. Die Einleitung haben wir gerade ein bisschen verpasst. Wir haben uns ein bisschen verquasselt, der wieder, weißt du? Alte Geschichten sind wieder hochgekommen und so. Weiter geht's hier im zweiten Teil. Ja, der schickt mal das Auto da mal eben weg. Ah, ne, wir sind in Köln, ne? Nein, wir sind in Düsseldorf. Wir fahren jetzt weiter nach Osnabrück. Wir fahren über Landstraße, ne? Ja. Nach Osnabrück. Und von dort aus geht's dann Richtung... Nee, oder? Ja. Keine Ahnung. Schiss egal. Ich muss ja auch nach Osnabrück. Ach, du musst nach Osnabrück auch? Ja, ja. Ja, gut. Also, alles offen. Welche Richtung? Wir können bis dahin noch Wetten abgeben. Kein Problem. Alter Schwede. Bleibsel ehwes. Da hab ich dich dieses Wetter mal dran gemacht. Ja, egal. Ja, kannst du gleich machen. Ja, bist du fertig? 30. Scheiß Auto schon wieder. Was ist los klein lewis? Du kommst wieder hin! Gib mir nenn das wieder Pause machen! Das ist die Verabteilung! Was tut das?! Da hab ich Bobby hier! Ah, ich kann ja ihn nicht überholen, weil einer da kommt! Ey, scheiß Dreck hier! Fahler du dummes Stück Scheiße! Willst du dich wieder überholen? Ja bin schon dabei Kommt jetzt auch schon eine Kreuz und musst dir richtig Gas geben hier Gitarra, Schäber Bleiben hier wieder alle stehen die Schuhe Ach Scheiße, jetzt hab ich mich verkehren So? Dann müsste er sowieso jetzt wieder links Ja da vorne geht's höher Da steh jetzt noch mal voran Goh da vorne ist schon wieder Chaos an der Kreuzung Fahr vor mit deinem Ding den Oh jetzt knallts, jetzt knallt Jetzt knallts, es knallt Wir sind doch hier in England oder? Weiß ich nicht Geht er wieder nicht ganz gut Schaut mal eben rum auf Allrad hier Dann zieht er auch gleich besser hoch hier Da vorne sind auch noch zwei wieder Mhm 1.3 So ein Outriff Alter hier sind mega viele, guck mal vor allem Das kann man nicht überholen Vor allem nicht Vor allem nicht hier in diesen kurvenreichen Regionen Alter ist das tödlich für mich Den rutscht dich so weg Alter ich hab noch hier die Weißt du noch? Weißt du noch wo wir beim Nordrhein mitgefahren sind? Ja ja Mit den 500 Leuten alter? Das hab ich immer noch Alter was ist denn hier los ey? Wie ist der euch? Ist doch ein bisschen langsamer Ach nur Türken wieder Was ist denn egal? Das rein sie eben kurz rum, nehmen sich ihre Ziege beiseite, orgeln die einmal durch und dann fahren sie weiter Guck da nach Guck da nach Guck da nach Guck da nach Normalerweise immer wenn sie Fernlicht an machen musst du den vollfrontal reinheizen Ja Können ich leider nix sehen ne? Ja sieh ja guck mal hier da macht das Die sind doch fertig ey Guck mal die liegen hier Aber er fällt hier rückwärts, was ist mit ihm los? Guck mal er ist hier wieder reingeheizt weißt du Und er auch ey Ja also die dumme Ihr seid doch alle fertig ey Guck mal wer und geht Radlader am heiste Ist ja scheiße ey Guck mal wer und geht Radlader am heiste Ja Ja Biss denn eine schon Ne Ich weiß ja was du kannst, du kannst ja nix Du hast ja schießt auf den Radlader Du hast doch schießt auf den Radlader Du hast ja schon mal Bagger gefahren oder was? Ja Ich meine jetzt nicht nur hier Joysticks vergewaltigen sondern auch richtig damit arbeiten Ja 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 Levis Ja Ich hab so lange keine LSD gespielt Ich hab so lange keine LSD gespielt Ich hab so lange Ich hab so lange Ich hab so nix Weißt du eh nur die Hälfte Das nix ganzes und nix halbes was du machst Hm Alter Schwede ist das hier am rutschen ey Oh wir müssen runter Guck mal Idiots Oh Meint er mich der Jeremy? Na ahnung Direkt wegkloppt Guck mal ob der hinter mir ist Ist das der hinter mir? Dann hol ich ihn jetzt weg Ach der liegt schon auf der Seite Hahaha Das ist ja nicht Ach man jetzt kann ich hier nicht vorbei weil er nicht auf der Seite liegt Waaah Ah du Pedaras Fahr hier weg um Molute Ich hab gar kein weggekloppt Ich sitze auf der Seite wegen Kurve Entschuldigung Was geht wieder los? Was ist denn hier meine Warmblinkeanlage? Aha Hier Schön Actros Mann then Okay Ja Lille Das macht mal ein hier Das Ding ist gar nichts, wie war es nur LKW rum? Hier muss ich ja gar nicht rein, hä? Wo muss ich denn rein? Das Problem habe ich gerade auch Hä? Ach ne, aber ich muss jetzt hier vorne auf diesem LKW fahren Da kann man jetzt auswählen, wo man den feststellen will Ach coooool, ihr seid... Ist ja doppelt Arbeit hier, hä? Mh Er wird die Ladung stehen haben, 4 CP Bestetigen Wurde jetzt hin? Ach du Scheiße, jetzt ist ja überhaupt nichts mehr da Jetzt sind nur Behinderte hier Jetzt ist hier überhaupt nichts mehr Ungefähr die Richtung hier, woher ich Ah, da ist ne Lücke, Alter Soll ich alle befinden, oder? Gießt euch mal? Gut zum Kopf Oioioioi, da muss ich wohl noch einer Wieder Glatteisjam entfangen, weißt du? Alte Wichse hier Alter Schwede, ey Was ist hier los, ey? 10.000 wieder für Schäden abgezogen, ey Ah Ah, ich kann hier überhaupt nicht gucken, ey So So, du hast abgeladen So, was hast du denn? Levis Levis Wo ist die dumme Saison wieder? Ja, Freundin Solange der Levis mal wieder Irgendwie abgetaucht ist In seinem Blazermall oder hat Wenn ich jetzt hier das Video Beenden Part Nummer 3 wird folgen Ähm, ja Ne grobe Richtung gibt's nicht Wir werden einfach gleich mal sehen, was so sich überschneiden tut Ich würde mir ja wünschen, wenn's Richtung Osten gehen würde Aber, man weiß ja nicht, das Ja Also, bis dahin Grüß mir die Hühner, benehmt euch! Möjöd